Wir sind zurück bei Herdränge. Teil 8 haben die Hügelgräberhöhlen hinter uns gebracht. Sind jetzt im Bruchteil, waren da ein bisschen shoppen und wir legen mal weiter los. Ich bin der Jay. Ich bin der Matze. Und was haben wir jetzt zu tun Matze? Wir gehen zu den Ettenöden. Zu den Ettenöden. Ettenöden. Die Ettenöden und dann gehen wir ein paar Etten töten. Hier müssen wir langlaufen, glaube ich. Genau. Schauen wir mal. Wir haben einen kleinen Seitenwechsel. Nun bin ich links und der Jay ist rechts. Passend zu unserer Sitzposition auch. Ich bin nicht über Kreuz gucken müssen immer. So, die Glocken versammelt sich mal bei mir bitte. Bin unterwegs. Sehr gut. So, Mission Ettenöden. Jetzt los. Muss ich noch was drücken? Ne, er lädt, oder? Du musst drücken. So ein Lump. Unglaublich. Oh, der Ladebildschirm, der verrät schon einiges. Heimat der Trolle und Riesen. Oh, 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 oh. Die machst du aber fertig mit deinem Bogen, wie man sieht da. Der Zwerg steht da hinten und unterstützt dich. Und chillt. So, Action. Oh, schönes Intro, oder? Sehr schön. Haben sich sehr mühe gegeben. Das sind die Orks. So, oh, die schießen. Die Schweine. Ey, ey, ey. Ich schieße zurück. Warte mal. Das sind andere Orks. Oh, mach mich fertig. Ich bin der Tod. Oh, unglaublich. Oh, das ist auch ein Berserker. Das war ein Berserker. Super. Wenigstens sind die auch tot, wenn die den Kopf verlieren. Das ist schon mal ein Vorteil. Nicht so wie die Skelete freuen. Wo, wo, wo? Da oben noch? Oh Gott, net ein Schild. Ihn mag ich nicht. Heil dich mal bei Andariel Ja, die schon dabei So, wo lang? Geradeaus Geradeaus, immer hinter den Führer Ja, ja Hier hat jemand Hunger gehabt, dann ist klar Oh, bitte nicht Wie runter Jupp Einfach runter springen Oh, der kommt hier angerannt Mit Volldampf, alter Schwede Oh, der Oh Das war fast ein One-Hit gewesen 135 zieht schon Ja, 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 ich merk's schon Oh, das war's für mich Ach, du wirst? Ja Ja Bitte, 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 bitte Nein Das war Vielleicht Echte Arme Alles klar Ich leg ihn ab, ja, ja Ich bin wieder da Ja Ich kümmere mich erstmal um den Clay Mach mal, mach mal, mach mal Er schlägt eh zu lang, seine Triften ja nicht So, der ist da auch Gut Jetzt können wir mal Jupp, der ist auch da und der Große Ja Eine Schlachtkeule des Wächters erhalten Gehen wir mal anschauen Aber es wird nicht besser sein, als mein schönes Schwert hier Was schön Blitze wirft, was ich mir gerade gekauft hatte Wir hätten das eine Truhe Der Trollenkiller Oh, Schätze Ja Oh, es geht auch weiter Looten und Level Looten und Level Ich muss ein bisschen aufholen So Oh, da hinten Gibt es Stress Ich brauche deine Hilfe Bisschen Waffen, die Gruppe Läuft Fassengeköpft, ne Ja Sehr schön Meine Lieblingsbeschäftigung Entweder mit der Kettensäge aufschlitzen oder köpfen So So Da geht es noch weiter Geht noch weiter Ich wollte mir die Keule angucken Wo geht es denn weiter Wo bin ich denn? Hier sind kleine Wo seid ihr denn? Da hinten Kommt die unendlich oder? Ich hoffe nicht So, jetzt müssen wir jetzt mal gut, ne? Hier ist noch ein Big Bot Ach du Scheiße, noch mehr Oh! Oh, er hat Ja Genau Verstärkung angefordert Ich kümmere mich mal um diesen Voodoo Heini hier So, weg ist er Haha Die werden dauernd ab Die Schweine Oh, oh Wir hätten noch ein Bogenschütze Alle drei schießen noch rein Genau Hält aber was aus, der Sack Oh, oh Oh, oh, ein Troll Oh, 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 oh Oh, 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 ne Oh, okay Dem musst du denn zufällig machen mit dem Bogen, ne? Nee Haben wir gesagt, komm Hör auf zu leveln Hör auf zu leveln Hilfe uns Oh, 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 oh Ich hole mein Blitzschwert Tu es Stimmt das Blitzschwert, was wir uns gekauft haben hat 1,4 Mehr Trollschaden Genau Der Trollscher, auauch Aber er macht auch Schaden Er macht auch Trollschaden, ey Alter Schwede ist er weg? natürlich nicht das ist ein Troll komm doch aber der Trollschaden macht sich schon bemerkbar das war's, oder? nein, noch nicht sag mal gleich ist es nein, ich bin dumm macht sie das? ich hoffe ich komme wieder und krieg einer rein können wir mal kurz um die Ads hier, okay, das war die Ads jetzt ist er da, ja, sie hat geklärt ja, die Frau macht er schon alles klar ja, ja einer reicht nicht ja, ja, hat er den Bruder gerufen und er ist böse ja, genau ja, nimm ihn mit genau und tschüss Punkt definitiv den Troll hat er echt im Griff gehabt, ne? wie kommt es, dass du hier in den Ettenhüden bist? ich diene meinem Volk als Speer wir sind im Krieg mit dem Steinriesen Bargrisa der uns ohne Grund angegriffen hat genau dieser Troll hatte kaum eine Chance ach, das meinte ich so, genau es ist nicht das erste Mal, dass ich mit Trollen und ihresgleichen kraftwerden musste denn noch haben wir bis hier aus einem weit voller Feinde nur ein paar Blätter zur Stärke gebracht die größte Bedrohung ist der Riese Bargrisa muss aufgehalten werden ja klar, Bargrisa so, was ist unsere Mission jetzt? unsere Mission nein, erstmal nach der Hilfe, Frank bis ins Motto, ne? ja, genau eure Hilfe wäre in höchstemaße willkommen gemeinsam könnten wir in der Lage sein, ihn zu schlagen mit jeder Stunde, wie er lebt, wird sein Gefolge größer beeilen wir uns go, go auf gettas jetzt darf ich doch leveln, ne? jetzt bitte, ja, jetzt kann ich mir mal Inmeta auch mal angucken hier uns das wunderschöne Donnerschlagschwert plus Stärke, plus Blitzschaden, plus erhöhten Schaden gegen Trolle was super sexy ist und es wirft Blitze dadurch hat es eigentlich schon gewonnen hier der neue Hammer oh, guck mal, der macht auch mehr Trollschaden sage mal und Chance auf eine Kraftkugel aha aber es ist schwächer, das Schwert oh, neue Schulter erhalten, das nehme ich gerne den Rudauer Schulterpanzer und neue Buchse die Buchse ist auch besser, wunderbar hübscher Zwerg dreht gerne was Lupen so ich habe nur eine billige Arme Schienen bekommen na toll besuch das Schwert ist auch gegen die Orchse ist sehr effektiv auf jeden Fall das macht elendlich viel Schaden Block oh, ich ja ach, beide getroffen machst du beide fertig die blocken die Schweine, ne? ja unglaublich jetzt nicht mehr da kommen gerade ein bisschen viele oh, geht noch wo ist der Typ mit dem Schildachter? ja, das tut weh, wenn ich meine Beine abschneide, ne? Helm-Stange betäubende Schläge oh oh, der lese Troll wo bist du? ah, wo bist du, ich bin da, aber der Troll ist, Mama ich liege Ach, ist das stylisch. Es ist eine Einbildung jetzt, aber das Schwert leuchtet, wenn ein Troll in der Nähe ist, oder? Kann das sein? Oh, was macht er mit mir? Er will mich zerdrücken! Er will meine Schuhe! Verdammt! Nein! Er geht weg von mir! Das Schwein, ey! Boah! Ne! Geh weg! Geh weg! Lass den Zwerg in Ruhe! Wow! Oh, down! Feingearbeitetes Hand... Hans Wurst! Dingster, bumster Schwert! So, ich will jetzt... Oh, ich hab gelevelt! Was ist denn da los? Stärke und Ausdauer läuft! Und den Zweihandschaden haben wir wissen... Äh, Höhen! Feuerschaden! Einhandenschwert! Feuerschaden, okay! Wobei dieser Hand... Elbenstein des Heldentums! Plus kritischen Schaden, aber ich kann die Waffe nicht sockeln! Verdammt! Also in der Höhle! Könnten wir? Wir können... Alles klar! In die Höhle! Der Löwen! Looten! Looten und leveln! Oh, hier so ein Epic Stein! des handwerkers ich habe nur robuster helm ein stein des handwerkers den command schäfer hier zack plus 50 oder sand 300 prozent weniger abnutzung was für dich alle fünf minuten reparieren muss so jetzt hier weiter geht es hier weiter aber hier kann ich was machen noch mal kaputt und hier bin da jetzt na jetzt gefunden los ist die mädel versperrt den weg wiener sind johanna springen so ganz einfach für morgen komfuß um ein spiel springen kann was ist hier noch eine hülle genau von mir sind welche gespawnt ich komme ich komme können wir uns die hülle gleich mal angucken ja hier macht das schon ja ich gehe schon mal in die hülle rein sehr gut so muss es großer prozess ja ich ruhe nach der anderen ordentlich kohle am sammeln hier stress wo ist sie wahrscheinlich nicht wo ist sie denn wo ich weiß nicht wo sie ist hilf mir was sie kämpft da irgendwo da oh ein bisschen kommt sie jetzt rein bei mir alt ist schwer warum geht sie auch vor ne hau ab ich kann mich mal schon den bogen schützen hier der nervt da oh ne wo bist du so so ist sie jetzt fertig jetzt kommt sie mit alles klar die war auch ne jetzt kommen wir hinten noch mehr auf die hast du angelockt hier bestimmt gerade vielleicht vielleicht auch nicht wo sie keine zwerge hier die kommen aus der hülle raus ne ist hier was wieder was für mich ne paar goldnuggets genau oh ne loothöhle hier noch was für mich boah du hast ja ziemlich viele ja ein paar goldnuggets gefunden ja ne ist das hier irgendwo ne ok wo sind wir jetzt ach hier bist du vorhin gewesen auch bei diesem kleinen Fluss hier ne genau sie ist wahrscheinlich ähm sie ist schon voraus gelaufen wo wir hin müssen also müssen wir dann hier weiter gehen dagegen ne ja ich nehme aber erstmal mal du willst hier alles looten ne was ist das ist eine Ruhe ja boah ne die würde ich auch haben roten ein item oder was ein Geheimnis entdeckt äh quest ging ah schriftrolle gefunden ok boah ein Bogen nice und eisengebundene kampfkampfkampf okay fernkauf war dann immer gebrauchen aber den kann ich auch nicht tragen nur bald oh guck sie den Bogen rein er ist wesentlich besser oder plus schaden gegen orcs da wirst du bist neidisch gerade die witte haben ne ja ja erfordert 15 geschicklich die hast du locker ja ja gegenstand geben der matze gegenstand annehmen hat hier den bogen rein meine fresse reparieren lassen hat nicht viel haltbarkeit so hier haben wir eben den hanswurst ohr getötet die trollen schon wieder kann ich den Ring nicht kommen nur Wille wir brauchen alle Dinge Wille wer weiß 20 13 das heißt Willis Gild was den die haben keine Stats oder du hast nur deine Wage ich hab gar nichts du hast gar nichts ja vielleicht irgendwie die kommt das für den Feuer die Lüge an Pfeile und so weiter oder Eis Pfeile so hätten wir noch Trum gesehen oder Kisten waren wir da schon drin ne geh mal rein hab hier ne Truhe gefunden ich hab hier auch einer in der kleinen Höhle in der kleinen Höhle in der kleinen Höhle Stiefel vom Nebelberg wow mit zwei Sockeln hab ich gerade bei der Schule bei dir gesehen der Meister geh mal links die ja meine pack mal Dinger rein kann ich ja machen ja du hast ja ein paar zur Auswahl da ein hin ha oh handschuhe ich hab' und die kann man auch socken und die sind ja 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 die haben ein bisschen mehr Ausdauer aber nehmen wir so ein doch mal wir müssen demnächst verkaufen gehen so voll war die tasche noch nie beim nächsten wo war deine kiste ja folge mir auf dem weg und wir müssen aber zurück laufen man sich hier genau hier und dann gehst du den weg runter hier und auch ein ring gefunden aber 18 wille und der erwähnt stadt drauf sechs prozent kraftregeneration das heißt ein bisschen will es gehen würde ich sagen bei mir bei meiner hatte auch was ach so okay ich hab' ich gar nicht gesehen in der stelle ja wieviel aus so hat er 4 sie haben will ist es gehen wahrscheinlich dann wissen will es gehen ja so ich hab' erstmal hier meine boot sehr gut fünf geschicklichkeit und 55 gesundheit drauf geschmissen fette 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 kacke so hier ist der meisterin die damals gut ausnahm mann bumm noch nicht wie ich hab' der bücher bettelte mann mann buchte wenn die Orkse aber auch schon ist genau wie wie die ich das schwer beim zörenden toll geläutet es meint die stichnet ist hier von läuft ja ich kann nicht wahr kommen müssen viele oder kommt und Bärwerber für sie wieder der Selle ich stehe rum und träg'n blauen gegenstand kompanie anstachel der Macker alter schwede ich versuche ihn da hinten abzuknallen ja natürlich alles was du kannst auch wieder dieser ja genau der ich bin da oben ich helfe uns mal besser ist reinrennen nämlich viel aus die freundlich ja das fliegt nach dem Troll von kleinen Buben und er spricht doch gleich dass die Türen ja mann ich ja ja Ja, ein Troll. Wahrscheinlich. Polierter Granat. Gibt bestimmt ordentlich Kohle. Ja, erstmal ein bisschen regenerieren hier. Oder wo ist ihre Kugel? Ja, doch ist sie. Genau. Achso, und versuch mal Steuerkreuze nach unten. Nach unten? Dann machst du sie auf Verteidigungsmodus. Das ist schon der Troll. Oh. In your face, I'm sorry. Das ist so geil gewesen gerade. Hab ich gesehen. Direkt ins Gesicht, unser Elvin. Der hat dich nicht getroffen. Nee, ich bin ja zu klein. Mein Kraftschlag. Jetzt hat er mich getroffen. Er triff mich die ganze Zeit. jetzt haben die kameras auch banane soll jetzt aber ich glaube ich mich für die schild das war der legolas das war der legolas ich sag's dir da war mal lustiger abschnitt hier mit den ganzen trollen mit den orks aber spaß geht ja noch weiter geht es jetzt weiter ich denke ich glaube auch nicht wir warten auf den ladebildschirm wo wir hinkommen und sind jetzt die hohen moore und wir haben gleich ein neues geheimnis entdeckt und da steht das schon die ganze zeit ich glaube ja kleiner barry aber das spieler sie baggie ein bisschen und welches geheimnis wir entdeckt haben und wie die hohen moore aussehen erfahren wir an das nächste mal ich bin der jay ich bin der matze und wir sagen wieder schauen reingauen